ja hallöchen ihr lieben und grüßt euch doch recht herzlich zum mittlerweile 27 part von final fantasy 7 rebirth und meiner kleinen let's play reihe wir befinden uns hier nach wie vor in gong gaga ich gehe jetzt einmal ganz kurz darauf ein was ich bisher hier so erlebt habe und was ich so gemacht habe also wie ihr da unten sehen könnt also quasi unten links ich habe alles geklärt also ich habe mir 100 prozent geholt in gong gaga auch wenn hier noch einiges so hinter nebelwänden oder grau ist komischerweise ich habe trotzdem 100 prozent bereichsfortschritt in gong gaga geholt und muss sagen es war eine qual oh boy also von allen gebieten die wir bisher hier hatten wir sind ja hier in junon gewesen in der graslandregion und in koral da kann ich übrigens noch keine 100 prozent holen weil mir diese zwei proto substanzen aufträge noch fehlen die bekommt man wohl erst später aber ja in allen regionen bisher war es relativ einfach sich die 100 prozent zu holen bei gong gaga hingegen war es echt mühselig weil ne so schön die gegend hier auch ist ich zeige es euch einmal ne das ist ja so eine dschungel gegend das ist alles verwinkelt und total irgendwie unübersichtlich und man muss weiß ich nicht mit so pilzen irgendwie auf andere plattformen hochspringen und 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 aber genug gejammert ich habe es trotzdem geschafft und konnte die landschaft trotzdem so ein bisschen genießen denn wunderschön design ist sie allemal ja nachdem wir einiges jetzt über den lebensstrom die armer und so weiter erfahren haben müssen wir uns jetzt auf den weg zu cosmo canyon machen also quasi in red 13 heimatdorf oder nanakies heimatdorf wie wir bald erfahren werden und dafür müssen wir einen vielflieger besuchen ne wie heißt der nicht vielflieger freiflieger heißt der gute und na man sieht es auch da oben na das ist der hier die quest heißt der freiflieger und ich ahne schon so ein bisschen wer das sein könnte machen wir uns doch mal auf den weg dorthin und lassen uns vielleicht überraschen das ist vermutlich der flugplatz oder was meint ihr scheint schon bessere tage gesehen zu haben wie soll hier denn irgendwas landen oder abheben können heißt das etwa wir sind ganz umsonst hierher gekommen vielleicht nicht was ist das denn sieht aus wie eine telebox der republik hm eine telefonzelle gebt ein rauchzeichen und wir sind sofort bei euch bronco airlines was hiermit hast du was gefunden wir müssen ein rauchzeichen geben ein rauchzeichen was denn kennt man sowas bei euch in mit gar nicht andererseits überrascht mich das doch nicht wirklich hey dann lasst mal den profi ran das rauchte nullkommanichts immer noch nichts dann habe ich wohl keine wahl oh da hoppa hat hier wirklich geklappt lacht das cool oder Hier drüben! Ganz fantastisch! Na, wo darf's hingehen? Wir wollen nach Cosmo Canyon! Du sprichst ja! Ist das irgendein Trick? Hab auch schon ein seltsameres gesehen! Eins, zwei, drei... Ihr seid zu viele! Aber wenn ihr euch nett zusammenkuschelt... Das ist der Preis inklusive Gefahrenzulage! Ich hab derzeit kaum Kundschaft! Bis ihr das Geld habt, kann ich... Also hier warten! Alle Mann an Bord! Setzt euch genau dahin, wo ich's euch sage! Muss alles gut ausbalanciert sein! Haltet euch ja gut fest! Wer rausfällt, hat Pech gehabt! Hey, Rat! Hihihi! Ab, Blue! Wir fliegen! Wir fliegen! Wie machen wir das? Was glaubst du, wer ich bin? Ja... Wer denn? Pilot und Inhaber von Bronco Airlines... Send Hiwen! Willkommen an Bord! Es gehört schon einiges dazu, sich freiwillig für meine Forschung zur Verfügung zu stellen. Daran erkennt man einen ausgezeichneten Soldaten! Vorsicht! Nicht zu sehr zappeln! Für Fehlschläge bin ich nicht verantwortlich! Dessen bin ich mir bewusst! Wie überaus kooperativ von dir! Als Belohnung bekommst du meine Sonderbehandlung! Ein Verfahren gemacht, um Helden zu schaffen! Früher hat dieser Prozess Jahre gedauert! Doch jetzt erzielen wir die gleichen Ergebnisse in gerade einmal 18 Stunden! Und all das verdanken wir natürlich ganz allein meinem Genie! Tag für Tag habe ich meine Forschungen vorangetrieben mit inspirierender Genialität! Obwohl... Es hat auch Nachteile, den Prozess so zu beschleunigen! Und zugegebenermaßen kann nicht mal ich Perfektion noch verbessern! ちょ sich thro Inc. »No ros äh Punch« »zil du » zuh kooper« »Ich sch659» »kgle« »N вним�니다. Sü compress esperar Mund Announcer » » circuitss so zu können! » Torteren wird ernamen! » attent Özpun! Was ist? Ich dachte, vielleicht wird mir die Flugzeuge nicht schlecht, aber... Hey, wehe, du kotzt mir auf die Sitze! Alles gleich hin. Also, wir müssen jetzt hier rumfliegen. Was? Was machen wir eigentlich, falls Schindra uns hier oben erwischt, hä? Ist denn jetzt der Himmel, oder was? Schindra kann mich mal gepflegt am Arsch lecken. Ich würde mich trotzdem erstmal ganz kurz abschalten und wir quatschen weiter, welche Jäger gelandet sind, wa? Da kommt jetzt auf jeden Fall noch ziemlich viel Laber. Sind wir? Setze zur Landung an! So, da wären wir! Hab euch so weit gebracht, wie ich konnte. Ich hoffe, ihr seid gut zu Fuß. Anders geht's nämlich nicht weiter. Und wie können wir dich in Zukunft erreichen? Mit Rauchzeichen. Alles, was ich brauche, ist ne Landebahn. Es war mir ein Vergnügen! Ich führe euch zum Tal. Okay. So, ich kann nun die Tiny Bronco, das Amphibienflugzeug von Bronco Airline benutzen. Alles klärchen. Also, kann ich jetzt auch hier so ein bisschen rumfliegen. Oh, und wir kriegen eine neue Espan-Neo-Bahamut. Alles klärchen. Gut, wahrscheinlich wieder eine... Oh Gott! Eine riesige Gegend mit viel To-Dos. Wobei es geht. Also, ich glaube, es ist wesentlich kleiner wie der Dschungel. Ähm... Ja, was haben wir gesehen? Auf jeden Fall, äh... Lokche. Lokche. Lokche de Boss. Hat sich freiwillig gemeldet, um eine Sonderbehandlung von Rojo zu kriegen. Warum auch immer man das tut. Ja, und wir haben unseren Piloten kennengelernt. Und zwar Sid Highwind. Für die Kenner des Originals natürlich ein bekannter Charakter. Ne, jetzt hier in Rebirth, meine ich, ist er wesentlich früher vorgekommen. Ne, im Original bekommt man den ein bisschen später. Ne, aber ich glaube hier in Rebirth, oder was heißt ich glaube, sondern ich weiß, dass er hier in Rebirth noch kein spielbarer Charakter werden wird. Sondern wir werden den nur kennenlernen und er wird uns wahrscheinlich hier durch die Gegend fliegen können. Ne, und das war's. So... Gut, ich würde sagen, wir... Geben dann mal Vollgas. Und begeben uns nach unten ins Tal, ne. Denn auch in Cosmo Canyon wird's wieder storytechnisch knallhart werden, ne. Also hier wird wieder einiges kommen. Denn, äh, hier werden wir alles, denke ich mal so in Anführungszeichen gesetzt oder vieles über den Planeten erfahren. Äh, apropos Planet. Wozu verdammten... Sind denn hier die... Kisten? Hier sollen Kisten sein und ich finde keine Kisten. Achso, okay. Kann nur noch. Da ist auf jeden Fall eine. So. Sorry, die sammle ich eben kurz ein. Na, dann habe ich schon mal so einen kleinen Hotspot hier. Clean. Okay. Nur... Da ist die andere Kiste. Ich wollte sagen, nur wo ist die andere Kiste und dann haben wir sie gefunden. Alles klar. Dann... Auf ins Tal. Na ja, hier haben wir leider wieder so eine kleine... Ja... Wüsten... Wüstenregion mehr oder weniger, ne. Alles sehr steinig. Ich meine, steckt auch schon im Namen, ne. Hahaha. Gut. Nun folgen wir mal unserem guten Freund Red. Na klar, und wir werden nicht nur einiges über den Planeten erfahren. Sondern auch über unseren guten Rückleiter Red. Ich zähle auf dich. Jetzt kann ich hier das sagen. Da geht noch was. Weiter geht. Na, weil es ist was auf jeden Fall schon ziemlich heftig ist. Ich bin... Ich würde sagen, eigentlich etwas overpowered für den Part hier, ne. Weil ich habe mich richtig aufgelevelt, ne. Ich meine, wenn man... ...die Bereiche halt alle auf 100% macht... ...ist man halt automatisch meistens... ...immer ziemlich hoch, ne. Überlass das mir! Wechsel! Jetzt das Rechte! Ja! Übernimm du! Roger! Ich übernehme! Das hat nicht gereicht. So, und... Komm schon. Den hauen wir noch eben weg. Machen wir einmal schön ab. Jetzt komm in! Jetzt komm in! Approximationsschuss! Keine große Sache! Äh, nein, 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 nein. Approximation. Alles gleich. So, äh, weiter hier runter. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Funkturm. Aber wobei, das sieht hier auch wieder alles sehr... ...ja, ebenenlastig aus, ne. Hier ist auf jeden Fall eine Chocobo Ranch. Das heißt, wir müssen uns wahrscheinlich hier direkt ein Chocobo holen. Vorher nehmen wir aber hier einmal den Turm mit. Na, das ist halt alles... ...klassisch, ne. Wie man das so von Open World Games kennt. Na, ich meine, das hier ist so mehr oder weniger Semi-Open World. Aber Türme sammeln. Und... ...dann neue Spots finden, wo man halt irgendwelche Dinge erledigen kann. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal... ...den Ort, wo wir den Chocobo finden können. ...aus dem Weg. Ich habe es übrigens, äh, mehrfach jetzt versucht, mit Katzi irgendwie zu kämpfen. Und ich muss sagen... ...der gefällt mir überhaupt nicht. ...di, di, 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 di. Shani-Yes, bist du's? Shani? Wer soll das denn sein? Haha, Hallöchen. Ich bin Kat. und wer oder was ist charlie charlie ist meine tochter sie nimmt an chocobo rennen teil wurde neulich aber auf halber strecke aus dem sattel geworfen seitdem hat sie völlig das interesse verloren und schwänze stehe sag mal kennt ihr euch mit schoko bus aus ja doch ein wenig tatsächlich dann könnt ihr es wurde gerade erst fertiggestellt zu schade wenn es nur brenniss jemand tatsächlich nutzt dann wäre die ganze in seid ihr schon mal durch ringe geflogen auf dem russ gibt nicht viele trainingsgelände auf denen man so das klingt lustig dass dir das nicht entgegen klaut warum nicht zuerst müsst ihr euch einen flug wegen ok wir sollen uns jetzt hier einen fliegenden chocobo holen anscheinend sind blaue chocobos zum fliegen gedacht das machen wir jetzt aber nicht wir gehen jetzt erstmal straight zum ausrufezeichen und das ist wo da alles kärchen ok aber bevor wir dahin gehen einmal ganz kurz hier drin und gucken ob wir hier irgendwas krasses kaufen können das sieht gut aus bikerreif und ein schneckenreif den nehmen wir auf jeden fall einmal mit und dann weiter geht's nur wo muss ich denn jetzt lang wahrscheinlich da ne ja wahrscheinlich stand ja auch blödes schild wo drauf stand kosmo canyon ich zähle auf die jetzt habe ich hier das easy auf zum kosmo canyon naja mit chocoball werden wir jetzt natürlich wesentlich schneller aber den jetzt zu fangen das würde wahrscheinlich wieder ordentlich lange dauern und ich will unbedingt wissen wie die story weitergeht also ich übernehme das sollte reichen ich sage ziemlich schwach schockt die höhe auch aus den planeten zu beschützen weil es ihm egal ist was dabei mit der menschheit passiert solange er bekommt was er will ich verstehe das ist eine sehr fehlgeleitete sicht was wäre der planet ohne die menschen wir sollten aber nicht vergessen dass es noch einen anderen feind gibt einen der den planeten die lebenskraft entzieht und uns fortwährend steine in den weg legt genau ich meine schilder ja wem auch so ein spirit wem sollst du auch sonst meinen schilder auch wenn wir dich und eine kontaktion hier du hintergehst uns dann knuddel und buddel ich dich bis die luft weg bleibt das gefällt mir nicht ja falls ihr es nicht mitbekommen habt die haben auf jeden fall schon so ein bisschen durchblickt wer cat ist ne also die wissen auf jeden fall dass der irgendwie für shinra im dienst steht und ich glaube das war im original auch nicht so da kam irgendwann auf einmal so ein ganz komischer part wo er dann ja irgendwie sich komisch verhalten hat aber was da genau war habe ich jetzt auch nicht mehr so krass auf dem schirm naja weil wie wie gesagt so das ist jetzt kein charakter der mich sonderlich irgendwie interessiert ich hätte es tatsächlich auch irgendwie nicht schade gefunden wenn die den raus gelassen hätte aber der hat tatsächlich eine kleine wichtige aufgabe in der story und deswegen mussten die den leider mit reinbringen so schockschuss jetzt zeige ich euch was ich kann zieh dich zurück schockschuss ich glaube wir sind auch gleich da zack wir sind auf jeden fall da schon wir sind da das dort ist kosmo canyon wunderschöne heimat das haut ein ja echt um ich kann die planeten kunde schon meinen namen rufen hören dann folgen wir den erstmal berit berit ja da sieht man auf jeden fall schon das teleskop na und wir werden jetzt gleich wahrscheinlich von so einem alten herrn auf einer fliegenden kugel empfangen ich bin mal gespannt sieht auf jeden fall cool aus da haben wir die aufklärung zur stimme ja das geht dir gut nacht also pass auf na dann geh am besten gleich mal zum meister bogenhagen Diese Leute haben mir hierher zurückgeholfen. Ihr könnt sie also ohne Sorge durchlassen. Was war das denn gerade? Na, habt ihr mich denn auch alle vermisst? Ist er nicht niedlich? Entschuldigt, kleine Formalität. Die hier hat ein Luftschiff heute Morgen verteilt. Das sind wohl die Verantwortlichen für die Reaktorexplosionen in Midgar. Aber ihr scheint mit der ganzen Sache nichts zu tun zu haben. Und Nanaki vertraut euch. Ihr dürft also rein. Willkommen im Cosmo Canyon, dem Zentrum der Planetenkunde. Das war auf jeden Fall auf jeden Fall abgefahren. Ja, wir hatten vorher schon mal, also in zwei Parts hatten wir Aerith mit jemandem reden hören, der eine ziemlich hohe Stimme hatte, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht ist das tatsächlich irgendwie Zack. Vielleicht kann sie mit Zack kommunizieren, aber, ja, Red, beziehungsweise Nanaki, wie wir jetzt gerade erfahren haben, feststellt seine Stimme, um erwachsener zu wirken. Mein Name ist Nanaki. Das klingt halt nicht so, das klingt halt wesentlich krasser als, mein Name ist Nanaki. Alles gleich hin. Gut, was wir auch gesehen haben, sind diese Fahndungsplakate, die da rausgegangen sind. Ähm, da hatten wir ja eine Szene, wo Reeve, der ja Red, äh, Red sag ich schon, äh, der ja Cat steuert, äh, die Gesichter quasi abgeändert hat. Gut, dann gehen wir doch meistens mal zu Meister Buggenhagen. Nun, wo ist er denn? Der Meister Buggenhagen. Wahrscheinlich hier hin, ne? Höhlenhotel. Na? Boah, in so was würde ich auch mal pennen. Das ist ja abgefahren. Da steht ein Piano. Ah, die haben diese Songs so wundervoll neu interpretiert. Das ist echt cool, äh. Also da kriege ich gleich so nostalgische Schüge. Nur, wie komm ich denn jetzt da hoch? Ich denke mal, ich muss zum Teleskop, oder? Hier? Ja, äh, das sieht irgendwie richtig aus. Da haben wir ihn, den Nanaki. Ich bin in diesem wunderschönen Dorf geboren und aufgewachsen. Ich hätte ein Hüter dieses Tals werden sollen, aber... ...stattdessen wurde ich von Shinra verschleppt. Meine Schuld ist beglichen. Nun will ich wieder meinem Dorf und seinen Leuten dienen. Ich danke euch für eure Hilfe. Von Herzen. Du wirst uns ganz schön fehlen. Ach, jetzt sag doch sowas nicht. Sonst fange ich noch an zu heulen. Wisst ihr, dieses Dorf hier zu beschützen, das ist mein Schicksal. Du kleiner Schlingel, hast uns hinters Licht geführt. Ich wollte einfach nur nicht, dass ihr mich wie einen Hund behandelt. Oh, Nanaki! Opa! Hier ist das... Lebewohl? Solange wir hier sind, treffen wir ihn bestimmt nochmal. Wichtiger ist jetzt, warum wir hergekommen sind. Um etwas über den Planeten zu lernen. Nicht? Und für ein paar Materia natürlich. Also ich werde... Ja, hier soll's gehen. Ich schalte ein wenig ab. Hoffe, das stört euch nicht. Und wir erkunden das Dorf! Ja, ne, eigentlich will ich ja auch was über die Planeten lernen. Wie der sich auch einfach jetzt straight abgeschaltet hat, ne? Spürt die spirituelle Energie um euch her? Ja. Okay, also wir müssen den Aufzug benutzen und dann nach oben. Oh, hier ist Barrett. Viele spielen die Gefahr für den Planeten. Aber wenn sie die Arme in Coral oder Gong Gaga gesehen hätten, so wie wir. Die Leute hier hingegen, die haben's gerafft. Die wollen eben... Ob wir sie für Avalanche rekrutieren können? Nicht so laut. Man wird auch denken, dass sie mit Avalanche... Krass, ey. Oh, der Foto-Heini. So trifft man sich wieder. Wie wäre es mit einem Foto, wie du zum Planeten betest? Cosmo Canyon ist berühmt für die klare Sicht auf den weiten Sternen. Ich bin natürlich bestens ausgerüstet. Sag Bescheid, falls du einen schönen... Was für eine atemberaubende Landschaft. Ein vom Plan... Foto machen wir. Okay. Gut, dann lernen wir mal was über den Planeten, ne? Let's learn a little bit over the planet. Okay. So. Wo haben wir denn Meister Bogenhagen? Vielleicht sollte ich so meinen Channel nennen. Brozilla Bogenhagen. Ehre. Hier ist der Zutritt verboten. Hier werden viele Wertsachen aufbewahrt. Alles klar, Kolder. Ich will euch nichts grauen. Okay. Okay. Boah, abgefahren, ey. Das sieht echt aus, als würde man in den Grand Canyon runtergucken. Wahnsinn. Cool, 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 cool. So, da haben wir ihn doch schon gesehen, den Bogenhagen. Da sind sie ja schon, Opa. Ho, 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 hoch. Nanaki hat mir alles über euch erzählt. Ich bin Bogenhagen. Ich unterrichte hier im Tal Planetenkunde. Man könnte sagen, ich weiß ein bisschen was von der Welt. Was heißt ein bisschen? Richtig gut kennst du dich damit aus, Opa. Ho, 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 ho. Naja, besser vielleicht als ein Jungspot wie du. Ich bin schon 48, falls du's vergessen hast. 48? Ja, ho, 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 ho. Nanaki ist Spezies. Wird sehr alt. In Menschenjahren gerechnet ist er 15 oder 16 Jahre alt. Ich bin erwachsen. Alt genug, um dich und das Tal zu beschützen. Anders als mein feiger Vater. Ho, 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 ho. Nanaki. Sag, hast du eigentlich allen im Tal schon von deiner Rückkehr berichtet? Noch nicht. Mach ich gleich. Mhm. Ho, ha. Entschuldigt das. Wollt ihr euch drinnen mal umsehen? Oh, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Da gibt's eine echt abgefahrene Story mit Nanakis Vater. Ich bin mal gespannt, ob die den umbenennen, wenn man die, wenn man ihn wieder in die Party aufnimmt, ob er dann Red oder Nanaki heißt. Also ich fände es eigentlich ganz cool, weil ich habe mir zum Beispiel als Kind damals, wo ich Final Fantasy gespielt habe, habe ich mir immer gewünscht, dass man den dann nochmal umnennen kann in Nanaki, also seinen richtigen Namen halt geben kann. Gut, jetzt lernen wir, glaube ich, ein bisschen was über den Planeten. Oh, ich bin so gespannt. Ho, ho, ho. Sie dienen allen meinen Studien der Planetenkunde. Das ist ein Modell unseres und der umliegenden Planeten. Und der ganze Staub repräsentiert wohl die Menschen. Meister Bugenhagen und auch wir haben uns große Sorgen um Nanaki gemacht. Das ist Nanaki in jungen Jahren. Kaum wieder zu erkennen war's. Nichts als Unfug hatte er damals im Kopf. Nanaki hat sich ganz schön gemacht. Die Welt da draußen kennenzulernen hat ihm sehr gut ge... Das ist einer der ersten Marko-Detektoren, die es je gab. Hm. Ist allerdings nicht mehr funktionsfähig. Ho, ho. Noch etwas Geduld, bitte. Dort kommen wir später hin. Okay, ich dachte eigentlich, wir starten direkt straight mit so einer krassen Cutscene rein. Aber anscheinend nein. Ho, ho, ho. Sie dienen allen meinen Studien der Planetenkunde. Okay, aber schon eine leicht nervige Stimme, ne? Ho, ho, ho. Interessante Geräte, nicht wahr? Das hier ist das Modell eines Generators. Die Windkraft wird genutzt, um neue Luftströmungen zu erzeugen. Die echten gibt's mittlerweile ja in allen Ecken der Welt. Hm, Wahnsinn. So, was haben wir hier? Das Licht der Sterne, das wir hier observieren. Das Universum ist wie ein mathematisch exaktes... Ja, lass mal durchlinsen, Alter. Oh, das weltgrößte Teleskop. Kein anderes Gerät kann die Bewegung der Sterne so präzise erfassen. Eigentlich gibt es keinen schöneren Blick auf den Sternenhimmel. Nur die Linse müsste mal wieder sauber gemacht werden. Tut mir leid. Kein Grund, sich zu entschuldigen, mein Freund. Du könntest ja einfach mal mit deiner Kugel da hochschweben und die Linse putzen. So, kriegen wir jetzt abgefahrene Katzen? Schon wieder? Oh, man hört die Schreie des Planeten anscheinend. Oder die Armer? Diese Stimme... Das ist der Schrei des Planeten. Sein trauriges Klagelied. Man hört es dieser Tage nur allzu oft. Dank diesem Sprachrohr können wir seine Stimme aus den Tiefen des Erdreichs hören. Das ist nicht die Stimme des Planeten. Das sind die Armer. Seine Wächter. Oh, du scheinst dir da ja sehr sicher zu sein. Weil wir sie selbst gesehen haben. In den Reaktoren in Gongaga und Coral. Sie sind riesig. Oh, das klingt in der Tat überaus interessant. Doch, es könnten auch Illusionen als Folge einer Mako-Vergiftung sein. Damit ist nicht zu spaßen. Hä? Aber... Junge, dir fehlt gleich mal was. Okay, jetzt gibt es eine abgefahrene Cutscene. Das hier ist unser Planetarium. Im schönerer Gebäude besitzen sie ein wesentlich neueres Modell. Doch das hier ist das von mir gefertigte Original. Gut, dann wollen wir mal. Das hier ist unser Planetarium. Wie schön. Ho, ho. Es kommt noch besser. Seht nur. In unseren Lehren geht es um den Planeten und seinen Platz im Universum. Es geht um die Lebewesen, die den Planeten bevölkern und ihre Verbindung zueinander. Das hier ist unser Planet, unser Zuhause. Er bietet uns alles, was wir zum Leben brauchen. Auf ihm wurden wir geboren. Und eines Tages werden wir auch auf ihm sterben. Weißt, was dann mit uns geschieht? Unsere Körper zerfallen und kehren zum Planeten zurück. Doch was, denkt ihr, geschieht mit unserem Bewusstsein, unseren Seelen? Auch sie kehren zum Planeten zurück, genau wie unsere Körper. Einträchtig vereint, kreisen sie von nun an um den Planeten. Sie kreisen, konvergieren, divergieren und bilden das, was die Menschen als Lebensstrom kennen. Wie der Name vermuten lässt, ist der Lebensstrom die Lebensader des Planeten. Seine ganze spirituelle Energie fließt in ihm. Damit der Planet weiter bestehen kann, benötigt er genau diese spirituelle Energie, falls sie eines Tages komplett aufgebraucht sein sollte. Geh! 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 Damit, kennt ihr nun das Fundament der Planetenkunde? Verbrauchen wir Marco, nehmen wir den Planeten. Seine Lebensgrundlage. So ist es. Wäre die Energie aus dem Lebensstrom zu Marco geformt, dann kann sie nie wieder in ihn zurückkehren. Sie wird von den Maschinen verschlungen und verschwindet einfach. Sind Sie sich da ganz sicher? Könnte es nicht sein, dass sie in den Lebensstrom zurückkehrt und dort eine vollkommen andere Gestalt annimmt? Was meinen Sie? Interessant. Ja. Eine neue Theorie. Hm. Vielleicht wäre es gut, wenn du an unserem Seminar teilnimmst. Sie haben gerufen? Seid so gut. Führt die junge Dame doch bitte zu unserem Seminar. Geh entlang bitte. Gut. Mich auch. Hm. Alles klar. Jetzt haben wir auf jeden Fall hier nochmal einiges über den Planeten, den Lebensstrom, und so weiter erfahren. Ja. Und was Shinra eigentlich anrichtet, indem die, ja, dem Lebensstrom quasi das Marco ausziehen. Um es zusammenzufassen, verschwindet das Leben auf dem Planeten. Verschwindet auch der Planet. Ja. Hm. Wie können wir das verhindern? Sollten wir die spirituelle Energie stärken? Woher soll ich das wissen? Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ausflipper. Ha ha ha. Ha ha ha. Verzeih. Doch ich habe das Gefühl, dass mein Wissen erschöpft ist. Diese Situation ist neu für mich. Früher hatten die Menschen keinen so großen Einfluss auf den Planeten. Menschen ändern sich. Und der Planeten ebenso. Auch die Wissenschaft muss es tun. Ich bin auch nicht mal der Jüngste. Dass ich nie alles über den Planeten wissen werde, macht mich traurig. Oh nein. Der Arme. Wo müssen wir denn jetzt hin? Und was ist eigentlich mit Barret der Arme? Der wollte unbedingt mehr über den Planeten erfahren und wurde jetzt komplett außen vor gelassen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Kein Problem. mir mitgeteilt dass ihr alles mitnehmen kann es was ihr auf eurer reise schaut euch doch gerne einmal in ruhe um mir geht mal her haben wir denn hier können meine neue waffe oder so tja das war glaube ich schon doch nicht ein übertrank und was haben wir hier neues schwert gibt mal ein neues schwert aber kristall megafon ok für cat hier kann man runter gehen wir hier wieder raus ja ich durfte da rein ok da ist auf jeden fall juffi unsere gedanken nicht eine einzige echte materia hier von diesen planeten kundern ganz zu schweigen ein haufen aufgeblasener besserwisser die sich auf bogenhagen hat mir euer kommen angekündigt über eine teilnahme am simi ich bringe euch gerne hin alles klar nachdem mein freund hast du dich jemals mit dem innersten des planeten auch wenn mein äußeres anderes vermuten lässt so bin ich doch den feingeistigen dingen des lebens zugetan wie gedichten oder gesang mein vater war jedoch nie damit einverstanden dass ich meine zeit am liebsten und du junge dame du siehst so aus als hättest du etwas zu berichten ich bin in den lebensstrom gefallen der lebensstrom ist ein wunderschöner ort erfüllt von erinnerungen ich fühlte mich von güte umschlossen und langvergessene erinnerungen strömten in mich es war warm dort im herzen des planeten aber gleichzeitig herrscht dort krieg ein krieg gegen einen mann der den planeten zerstören will ich meine wir brauchen den planeten und er braucht uns deshalb müssen wir kämpfen entschlossen und mit vereinter kraft doch auf das wie habe ich noch keine antwort ich dachte hier würde ich sie finden das soll keine kritik an der planeten kunde sein und ich will auch niemandem angst machen aber also tut mir leid ich kann es nicht richtig erklären aber es gibt doch nichts zu entschuldigen und wenn du es noch einmal versuchen möchtest dann sind wir immer für dich da stell dir auch weiterhin diese fragen denn dann wird sich die antwort irgendwann zeigen nun denn wir sollten uns so langsam an die vorbereitungen machen meine lieben das seelengeleit beginnt in kürze wir gehen schon mal vor ja die glauben ihr das natürlich nicht ne dass sie in den lebensstrom gefallen ist ne weil das ist jetzt auch nicht üblich dass da irgendein sterblicher irgendwie hingelangt ne auf jeden fall haben die das ziemlich krass gemacht also das weicht auch ziemlich stark vom original ab aber gut warum nicht müssen wir runter ich hoffe ich fahre jetzt nicht nach oben fahre ich nach oben oder nach unten ach gott sei dank das seelengeleit geben wir uns auf jeden fall noch auf jeden fall Damals, als ich noch ein Kind war, habe ich mit Mama und Papa auch so um das Feuer herumgesessen. Und wir haben... Ach, nichts. Vergiss es. Ich höre gern zu. Wenn ich an meine Mutter denke. Dann explodiere ich beinahe vor Stolz. Weißt du? Ganz im Gegensatz zu meinem Vater. Ich kann noch nicht drüber reden. Hab mich vorhin mit einem Ältesten unterhalten. Er meinte, es wäre arrogant zu glauben, wir könnten den Planeten retten. Der Planet würde sein Schicksal bestimmen. Und sich zur Not auch selbst von jeglicher Verschmutzung befreien. Sollen wir also einfach nur rumsitzen und nichts tun? Und unsere Nasen in Büchern vergraben? Wenn wir nicht kämpfen, wird sich auch nie etwas ändern. Das sehe ich auch so. Ich wusste, dass in dir ein vernünftiger Kerl steckt, Cloud. Das war ganz schön peinlich von mir, was? Ganz und gar nicht. Sie haben nur nicht richtig zugehört. Ich hab dich verstanden. Ich wünschte, das hätten alle. Ist nicht deine Schuld. Ich danke dir, Cloud. Vertrauen wir auf die Güter unseres Planeten. Wir Kinder des Planeten können immer darauf vertrauen, dass er sich... Die Verstorbenen kehren zum Planeten zurück. Also das ist mit Abstand das Dümmste, was ich je gehört hab. Echt jetzt. Wenn man stirbt, ist man tot. Mehr nicht. Wie kommst du darauf? Einfach so. Ich glaub nicht an Dinge, die ich nicht selbst gesehen hab. Der Planet schenkt uns allen seinen Seelen. Im Vergleich zum Universum ist der Mensch nur ein... Früher hab ich Leuten, die das gesagt haben, immer widersprochen. Aber wenn man so zum Himmel hoch sieht, muss man ihnen vielleicht doch recht geben. Hab gehört. Heute Abend soll hier richtig... Oh. Oh. Ich bin vom alten Volk, das Volk, das diesen Planeten besiedelt hat. Man kennt uns als Zetra oder kannte uns, denn ich bin die letzte Überlebende. Meine Herkunft brachte mir viel Leid. Seit ich klein war, wurde ich gemieden, oft gefürchtet, verfolgt und wurde auch eingesperrt. Meine Herkunft war für mich wie ein Fluch. Selbst wenn ich mich freute, erinnerte mich immer etwas daran, dass ich anders war und das machte mich traurig. Aussichtslos, nur so kann ich's beschreiben. Ein normales Leben schien unerreichbar. Und so gab ich auf. Und so gab ich mich. Doch am Ende hatte meine Herkunft auch etwas Gutes. Ich fand Freunde und heute geht es mir besser. Ich wurde belohnt. Meine Geduld hat sich ausgezahlt. Ich brauche kein normales Leben, solange ich sie an meiner Seite habe. Und für sie werde ich tun, was ich kann. Danke. Danke. Vielen Dank. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Du warst also auch hier? Ich fühle mich befreit. Ach, hier warst du die ganze Zeit, Lalaki. Opa. Es gibt da etwas Wichtiges, das ich dir zeigen muss. Komm doch bitte mit mir mit. Deine Freunde können uns natürlich begleiten. Und was waren eure Eindrücke vom Seelengeleit? Ich weiß nicht warum, doch es kommen immer mehr Gäste von außerhalb, um der Zeremonie beizuwohnen. Wie fragt man sie hinterher, sagt sie mal, dass sie überwältigt oder sogar zu Tränen gerührt gewesen wären. Ich freue mich, dass das Seelengeleit so positiv aufgenommen wird. Aber diese Lampions steigen zu lassen ist in Deutschland verboten und dafür werde ich euch anzeigen. Sie sind ergriffen von dem, was sie sehen. Fragt man sie allerdings, ob sie sich noch mehr mit der Planetenkunde beschäftigen wollen? Nun, danach verlangt es dem wenigsten. Doch warum? Wir sind im Alltag umgeben von Hunden, Katzen, Fischen und Pflanzen. Sie alle werden nicht umsonst Lebewesen genannt. Wenn ein Kind geboren wird oder eine Pflanze erblüht, ist die Kraft des Lebens für jeden deutlich spürbar und bewegt die Herzen der Menschen. Doch das Leben des Planeten kümmert kaum jemanden. Hoho, tut mir leid. Ich rede und rede hier. Je älter man wird destopterisch erschimpft, man vor sich hin. Das kann sie wirklich... Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Tut mir leid, Freunde, der Part wird leider heute auch wieder ein bisschen länger. Ja. Aber du wirst dich nun einer Prüfung unterziehen. Was? Wenn du zu einem wahren Hüter dieses Tals werden möchtest, musst du dich ihr stellen. Was sagst du? Bist du bereit? Ja. Nanaki wird eure Hilfe brauchen, um die Prüfung zu bestehen. Hinter dieser Tür warten einige Gefahren auf euch. Bereitet euch also gut vor und lasst mich wissen, wenn ihr soweit seid. Okay, dieser Part wird doch nicht länger. Wir machen an dieser Stelle doch, würde ich jetzt mal sagen, einen kleinen Cut. Wir haben jetzt eine gute Stunde durch. Und ich glaube, die ganze Story, die wir jetzt hier erlebt haben, die können wir auf jeden Fall erst mal sacken lassen. Wir haben ein bisschen was über den Planeten erfahren. Wir haben einen schrillen Opa auf einer fliegenden Materie kennengelernt. Aerith hat uns quasi dafür gedankt, dass wir ihre Freunde sind. Cloud hat einmal Cringe in die Kamera gelächelt. Ich glaube, das ist eigentlich genug für einen Part von Final Fantasy VII Rebirth. Ihr Lieben, ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch es gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr keine folgenden Videos von mir verpassen möchtet, dann subscribt doch gerne meinen Channel und aktiviert die Glocke. Und lasst mich doch gerne so in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet, von dem, was wir jetzt hier gerade gesehen haben und was ihr glaubt, wie die Story noch so weitergeht und wie die vielleicht vom Original abweicht. Ich sage auf jeden Fall an dieser Stelle dann wie immer, bis dahin, peace out, euer Brozilla. Ich sage auf jeden Fall an dieser Stelle dann wie immer, bis dahin,